so freunde tiefe kniebeuge 75 kilogramm sind geladen 2,5 war außen und dann drei zehnerscheiben und die stange letzte woche hatten wir 70 kilogramm auf wiederholungen und heute probieren wir die 75 kilogramm auf wiederholungen und 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 Okay. Okay. So. Schauen wir mal. 2,5er, 10er, 10er, 10er. Und ja, bei 75 Kilogramm müsste man eigentlich nichts beweisen, aber. Ne, wisst ihr Bescheid. Ihr wisst, wie man sowas supportet. Daumen, Abo, Glocke, Kommentar. Und ja, morgen gibt's höchstwahrscheinlich über Kopfdrücken. Also, wenn ihr Bock drauf habt, supportet meinen Kanal. Checkt auch die Links in der Videobeschreibung. Streaming-Kanal, andere YouTube-Kanäle, andere Social Media in der Videobeschreibung. Bis dann. So. So.